Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie. Hier erkläre ich dir ganz kompakt einzelne Strategien, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst. Und heute soll es um Online-Kurse gehen. Ich starte jetzt meine Stoppuhr und werde in 60 bis 90 Sekunden die wichtigsten Infos für dich zusammenrassen, damit du einen Überblick bekommst. So, was ist also ein Online-Kurs? Ein Online-Kurs ist ein digital zugänglich gemachtes Lernformat, was zu jedem Thema abgehalten werden kann. Zu Rezepten, zu Fitness, zu Sport. Wie kann ich Mathe lernen? Wie kann ich Physik meistern? Wie kann ich mir ein Online-Business aufbauen? Wie mache ich mir einen Traffic-Funnel? Also zu jedem Thema, was du dir vorstellen kannst, was anderen Menschen eine Lösung für ihr Problem bietet, kann man einen Online-Kurs erstellen. Und das Wunderbare an einem Online-Kurs ist, nachdem du ihn einmal erstellt hast, kannst du ihn wieder und wieder verkaufen und kannst die Leute auch über einen Funnel automatisiert in deinen Online-Kurs hineinleiten, sodass du nicht immer wieder aktiv neue Marketing-Aktionen fahren musst, sondern einen Autofunnel aufsetzt, der dir nach und nach und immer wieder und immer wieder neue Kunden in deinen Kurs spült. Eine ziemlich geniale Möglichkeit, wenn du eine Expertise hast, die du zu Geld machen willst, um damit wirklich einen ständigen Einkommenstrom zu generieren. Eine ganz kurze und knackige Zusammenfassung eines Online-Kurses. Falls dich mehr dazu interessiert, wie genau du wirklich einen Online-Kurs aufsetzen kannst oder wenn du andere Strategien kennenlernen möchtest, um ein passives Einkommen zu generieren, freue ich mich, wenn du dir einen Termin zum Strategiegespräch bei mir buchst und wünsche dir bis dahin noch einen zauberhaften Tag. Viele liebe Grüße!